Wenn du was machst, was du wirklich liebst, hast du die Kraft, es auch danach noch so zu machen, wie du willst, wenn andere komisch drüber reden. Ich habe eine Sucht, das ist Harmoniesucht, das hat mich schon ein Vermögen gekostet. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Die Sehenden sehen Fettnäpfchen, wo keine sind, zum Beispiel sagen mir Leute, wir sehen uns morgen, ach huch, nee, das sagst du ja gar nicht. Genau, und dann denke ich, ja, wieso soll ich das nicht sagen, soll ich sagen, wir riechen uns morgen, das wäre vielleicht unangenehmer. Und dieser Applaus, der gehört jetzt mal Ihrer Familie und Ihnen für Herrn Böcklein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, danke. Dankeschön. 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 Vielen Dank.